Heyo Leute und herzlich willkommen zu diesem ganz kleinen Informationsvideo. Ich wollte ein ganz kleines Thema ansprechen, nämlich wie viele bereits in die Kommentare geschrieben haben. Wie auch viele bemerkt haben, habe ich ab jetzt in den letzten drei, vier Intros ein Wasserzeichen links unten in meinen Intros drinnen. Ja, viele haben mich gefragt, weshalb. Also bei diesem Cyrection Intro habe ich bewusst meinen Namen plus mein Logo ganz groß hingeschrieben, da der Kunde noch nicht bezahlt hat. Ich habe jetzt das erste Mal einfach das Intro in voraus gemacht und ich warte immer noch auf das Geld. Falls er es mir nicht geben sollte, dann werde ich das Intro verkaufen an irgendeine bestimmte Person. Und dann halt bei den restlichen Intros, viele meinten so, hä, haben die auch nicht bezahlt oder wie? Also alle haben bezahlt, beziehungsweise halt Nerox, der hat 3K oder so, also du bekommst eh free. Von dem her, ich habe einfach Wasserzeichen hingehauen, weil in der letzten Zeit relativ viele Leute meine Intros unerlaubt reuploaden. Also halt, ich hatte schon jemanden wegstracken müssen, der meine Intros als seine eigenen hochgeladen, beziehungsweise verkauft hat. Also er hat sogar Leute abgezogen, was ich nicht sehr fein finde. Dann andere Leute, die einfach so die Intros reuploaden, denken, es werden ihre. Nee, man könnte mich zuerst mal fragen, ob das für sie wäre, das Intro und dann würde ich natürlich schnelle Antwort geben. Also ich antworte eigentlich fast immer, wenn ich Zeit habe. Und eben ab jetzt werden immer ein Wasserzeichen drin sein, längst unten, um halt schneller feststellen zu können, wem das Intro gehört, beziehungsweise wer der Macher ist. Und es gibt natürlich Faker von einem gewissen Kunden und so kann ich schnell feststellen, ob das der echte ist, der echte Kunde, für den ich das Intro gemacht habe oder ein Faker. Ich hoffe, das kleine Video hat euch jetzt ein bisschen aufgeklärt. Für heute wird vielleicht noch ein Intro kommen. Ich denke schon, ich müsste mal anfangen mit einem. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und haut da rein. Tschö. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018